Musik In der Schule, das sagen wir immer, immer, bevor wir nach Wann gehen oder eine Religion oder Werken haben, sagen wir immer Danke der Herren, der uns sehr sagen, zum Beispiel Danke für den schönen Vormittag oder Danke, dass wir überhaupt in der Schule gehen können oder Danke für alles. In der Schule, das ist eigentlich nicht, wenn jemand etwas Leckeres von seiner Jause gibt. Herr Lukas, meiner Kindheit, der hat gesagt, dass ich so gut mit ihm zusammenarbeiten kann. Mit ihm ist das nämlich nicht leicht. Also das Reiten und das Turnenlaufen, Weckringe, aber auch Danke sagen und helfen. Ich habe schon oft meiner Schwester zu Hause geholfen. Zum Beispiel beim Playmobil spielen, wie sie die Fahrer von den Playmobil begonnen hat, und dann habe ich ihr immer geholfen. Sie hat gesagt, Marli, kannst du mir bitte helfen? Und ich habe dann geholfen und dann haben wir gemeinsam weitergespielt. Mit meiner Schwester ist es ganz schön zum Spielen. Sie ist zwar erst vier, aber es ist sehr schön mit ihr, wenn man spielt. Ich bin jetzt ganz schön mit dem Film im Fliegen. Vielen Dank. Gemüse ich dir mein Herzet, aber die Fliegen sind w 나� δu ήταν.